Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Samstag. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder zurück aus dem Schwarzwald hier im Wetterstudio in Wiesbaden. Den Schnee, den abgetauten Schnee, den habe ich im Schwarzwald zurückgelassen und auch zurückgelassen das Hochwasser. Denn im gesamten Westen, Südwesten und Süden des Landes gab es ja seit Donnerstag heftiges Tauwetter, starken Regen und eben auch ein größeres Hochwasser. Dagegen gestern viel Schnee im Norden und Osten, eine Luftmassengrenze hat sich ausgebildet und auch die Region zwischen Hamburg und Berlin, die ist mal so richtig weiß geworden. Doch wie geht es nun weiter in diesem Februar, der ab Montag beginnt? Kommt da die große Kältewelle? Wird es nochmal richtig kalt in diesem dritten meteorologischen Wintermonat oder hat der Winter sein Pulver schon verschossen? Das schauen wir uns gleich mal ein klein wenig genauer an. Doch zunächst der Blick auf die aktuelle Bilanz in diesem Monat Januar und normalerweise hat der Monat eine mittlere Temperatur von 0,9 Grad Celsius. Das ist bereits das neue Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Aktuell liegen wir bei 0,7 Grad, also leicht darunter und bisher ist der Monat auf jeden Fall zu nass. Es gab schon 110 Prozent der üblichen Niederschlagsmengen und der Monat ist aber auch bisher ziemlich trüb ausgefallen. Im Schnitt gab es erst 25 Stunden Sonnenschein und das ist gerade mal 55 Prozent vom langjährigen Klimamittel. Wir vergleichen nochmal kurz mit dem alten Klimamittel und zwar der Jahre 1961 bis 1990. Und das lag bei minus 0,5 Grad und demnach wäre also der Januar in diesem Jahr deutlich zu mild. Ja und der wärmste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnung, das war der Winter 2007 beziehungsweise der Januar 2007 mit 4,8 Grad war das der wärmste Januar seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Gestern war es vorübergehend wieder sehr mild im Südwesten des Landes. Wir haben in Waaghäusl 13,0 Grad gemessen, in Laat 12,5 Grad, in Bad Kreuznach 12,3 Grad und in Freiburg 12,2 Grad. Aber im Nordosten, da war es zum Teil auch noch richtig kalt. Hier mal die Höchsttemperaturen in Heckelberg, minus 0,9 Grad, das liegt in Brandenburg. Und Görlitz brachte es gestern auch nur auf minus 0,1 Grad als Höchsttemperatur. Dort gab es also tagsüber auch leichten Dauerfrost. Der Blick mal auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Samstag. Ja und das Tief Olaf bringt weiterhin hier dem Norden und dem Osten heute zum Teil Schneefälle. Aber diese kalte Luft, die kann sich heute im Tagesverlauf weiter nach Südwesten durchsetzen. Und das bedeutet auch im Südwesten, da beginnt es heute mehr und mehr zu schneien und zwar bis in tiefere Lagen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter bei euch vor Ort ist, dann ladet euch doch einfach mal unsere Android-Wetter.net-App runter, installiert sie, testet sie mal und kommentiert uns gerne mal, wie ihr unsere App findet. Den Link zum Download gibt es auch direkt hier unten in der Videobeschreibung. Zurück zum Wetter vom heutigen Samstag. Ja, wie gesagt, im Nordosten, da gibt es teilweise noch Schneefälle. Das Ganze bei Temperaturen von gerade mal um 0 Grad, also leichten Dauerfrost. Dagegen hier im Südwesten und Süden noch mal sehr mild. Zu Tagesbeginn Temperaturen bis zu 8 Grad. Aber im Tagesverlauf, da kommen die kalten Luftmassen langsam Richtung Südwesten voran. Und zum späteren Nachmittag, da sinkt die Schneefallgrenze auch hier in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Teilweise wieder bis in mittlere, regional auch bis in tiefere Lagen ab. Das zeigt hier nochmal sehr schön die Modellwetterkarte von heute Morgen, von Samstagmorgen. Also zunächst noch hier im Nordosten Schneefälle, teilweise aber auch schon hier in der Mitte. Und das Grüne hier, das ist noch der Regen. Aber bis zum Samstagmittag, da wird das teilweise auch hier immer mehr zu Schnee. Ich sagte es bereits, die Schneefallgrenze sinkt ab, denn die kalten Luftmassen hier aus Nordosten, die schieben sich langsam auch in den Südwesten. Und heute Abend, da schneit es teilweise auch im Saarland, in Rhein-Pfalz und im nördlichen Baden-Württemberg und in der Mitte Bayerns bis in tiefe Lagen. Und nur noch im äußersten Südwesten, da ist es meist nur noch Regen. Man sieht ja auch sehr schön im Nordosten, da lockern die Wolken heute Abend auf. Und das bleibt nicht ohne Folgen. In der kommenden Nacht Überschnee, da wird es im Nordosten richtig kalt werden. Da knallt die Kälte richtig rein. Temperaturen hier teilweise minus 10 bis minus 15 Grad Überschnee. Ein bisschen milder in Anführungszeichen hier im Südwesten mit minus 4 bis minus 1 Grad. Aber auch hier Frost und glatte Straßen. Und teilweise schneit es hier im Süden bis in die Niederungen. Sonst im Norden, wie gesagt, da lockern die Wolken stellenweise auch mal ein klein wenig auf. Der Blick auf den Sonntag im Nordosten, winterlich kalt. Da kann man das Winterwetter genießen. Temperaturen minus 2 bis 0 Grad hier im Osten. Sonnenschein, auch im Rest des Landes oft Sonnenschein. Im Süden noch ein bisschen Schnee. Die höchsten Temperaturen gibt es entlang des Rheins mit Temperaturen um 3 bis 4 Grad. Und auch der Montag bleibt relativ ähnlich. Diese Luftmassengrenze bleibt immer noch erhalten. Ein sehr kalter Nordosten. Dagegen hier ein sehr milder Südwesten. Es wird hier schon wieder wärmer. Am Oberrhein teilweise bis zu 9 Grad. Aber auch Richtung Alpenrand. Da steigen die Temperaturen schon wieder an. Und der Schnee geht wieder in Regen über. Zum Teil kräftiger Dauerregen. Und dieser kräftige Dauerregen, der hält auch am Dienstag an. Im gesamten süddeutschen Raum viele Wolken. Immer wieder Regen. Und es bleibt hier sehr mild. Es wird sogar noch milder werden. Temperaturen 7 bis 13 Grad. Aber der Winter ergibt nicht auf. Hier im Nordosten, da bleibt es kalt. Temperaturen 0 bis minus 1 Grad. Und stellenweise fällt hier immer noch Schnee. Es bleibt also auch nächste Woche bei diesem Kampf der Luftmassen. Kälte aus Nordosten gegen die milden Luftmassen hier im Südwesten. Und am Mittwoch, da gewinnt so ein bisschen die milde Luft an Boden. Auch hier im Nordosten dann leichte Plusgrade. 1 bis 3 Grad über 0. Hier im Südwesten bis zu 14 Grad. Immer noch viel Regen in der gesamten Südwesthälfte. Im Nordosten Schnee, teilweise auch Schneeregen. Ja, wie geht es nun weiter? Der Kampf geht weiter. Am Donnerstag 3 bis 11 Grad. Ein Gemisch aus Schneeregen und ab und zu mal Regen. Hier im Nordosten, im Süden nur Regen. Aber Freitag, Samstag gehen die Temperaturen langsam zurück. Der Frost gewinnt hier wieder die Oberhand aus Nordosten. Und die Temperaturen sinken dann hier im Nordosten auf Werte um minus 4 bis 0 Grad am Tag. Und hier im Süden werden noch leichte Plusgrade erreicht. Aber dann die Tage danach, ab kommende Woche Sonntag, da gehen die Temperaturen immer weiter zurück. Und scheinbar setzt sich dann aus Nordosten die Kaltluft über Deutschland fest. Und das bedeutet, die Tageshöchsttemperaturen, die gehen immer weiter in den Keller. Und nachts müssen wir teilweise mit Werten unter minus 10 bis minus 15 Grad rechnen. Noch ein Blick auf die Niederschlagsummen bis zum 8. Februar aufsummiert. Und man sieht sehr schön, vor allen Dingen hier im Westen, im Südwesten und Süden, da kommt noch einiges vom Himmel. Das meiste davon fällt nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch als Regen. Also nochmal 60 bis 80, teilweise 90 Liter Regen pro Quadratmeter obendrauf. Und das heißt natürlich auch, die Hochwasserlage, die wird sich nochmal verschärfen. Aktuell gibt es ja bereits am Rhein, an der Mosel, am Main Hochwasser. Kleinere Bäche sind auch schon angestiegen, einige Regionen sind bereits überflutet worden. Da müssen wir mal gucken, das könnte sich nächste Woche bei dieser Lage nochmal zuspitzen. Und zum Schluss nochmal der spannende Blick auf den weiteren Verlauf des Februars. Die zweite Februarwoche vom 8. Februar bis 15. Februar. Die Prognose der Temperaturabweichungen vom europäischen Wettermodell. Und tatsächlich, demnach soll sich hier die Kälte aus Nordosten langsam festigen und weiter vorrücken bis in den Süden Deutschlands. Das heißt, es wird nach und nach kälter. Und auch vom 15. bis zum 22. Februar dominiert sehr wahrscheinlich eher eine zu kühle Luftmasse über Deutschland. Also kühler als das langjährige Klimamittel. Das zumindest ist der aktuelle Trend. Und wir gucken noch kurz in die letzte Februarwoche hinein. Da sehr wahrscheinlich eher normale Temperaturen für die Jahreszeit. Aber immerhin auch nicht so warm. Und gefühlt wird das wahrscheinlich für den einen oder anderen von uns dann doch deutlich etwas zu kühl sein. Also insgesamt Hoffnung noch für alle Winterfreunde auf einen doch sehr winterlichen Februar. Wir müssen aber noch ein paar Tage abwarten. Denn wir haben eben gesehen, das ist ein ganz schöner Kampf zwischen warm und kalt genau über Deutschland. Da kann es auf kleine Nuancen ankommen. Und da sehen wir wahrscheinlich erst in der kommenden Woche klarer, wohin die Reise genau gehen wird. Ja, das war es vom Wetter am Samstag hier bei Wetter.net. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und ein schönes Wochenende.